Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Die neue Heldenliga Story. Und wir sind im 6. Ligaspiel angekommen. Und es geht gegen Nankatsu. Gegen Tsubasa. Und laut Story haben wir ja Nankatsu schon mal besiegt. Nein, haben wir niemals. Aber mal schauen, was die Story jetzt so für uns bereithält. Also gehen wir zur nächsten Partie. Und ja, wir wollen spielen. Ich glaube sogar, das müsste dann sogar das letzte Spiel jetzt sein hier in der neuen Heldliga. Mal schauen. Aber hören wir erstmal zu, wie es weitergeht. Mal schauen. Das war's für heute. Das ist die erste Spiel zum Schluss. Ich bin sehr glücklich. Ich wollte dich mit allen Beste. Das ist auch ich, Heuga-kun. Ich glaube, dass ich das Spiel ist. Das ist das letzte Spiel. Ich bin so glücklich, dass ich mit Hüge und Hüge bin. Ich bin so glücklich, dass ich so glücklich bin. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht so glücklich bin. Ja, ich werde heute mit dem Sackern geschenkt. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht so glücklich bin. Kann ich jetzt sagen? Ich möchte ein Autogramm von dir. Ja, viel Glück und viel Spaß da draußen. Ich mag die. Kuss. so also angenommen habe ich jetzt erst mal das spezialziel und wir nehmen mal combo gruppe d ich weiß nicht wieso aber ich finde ganz interessant auch wenn sie besser ist aber einfach mal was anderes nehmen als sonst immer und dann geht's los gegen super aber wie immer hören wir uns erst mal das intro schauen wir uns erst mal in ruhe an bevor es dann ins spiel geht mit den aufstellungen und allem drum und dran ja Das war's für heute. Der Kieler der Kieler der Kieler sind die Kieler der Kieler der Kieler. Und damit geht es los. Gegen an Katsu im so gesehenen Finale. Und da können wir alle stehen lassen mit Kiba. Und der Präzisionsschutz von Kiba. Ah. Aber leider kein Tor von Kiba. Und jetzt kommt Taki. Und Taki macht hier alle nass. Kisugi können wir aber stoppen. Kato. Yos. Dribble de Boerho. Kabas de Frikita. Shukoba de motzikomelka. Ah. Morisaki hält den Schuss hier von Kiba. Und jetzt kommt Tsubasa. Aber den können wir stoppen. Schön. Und das muss das Tor sein. Das muss das... Nein! Morisaki hält das Ding. Das gibt es doch nicht. Und da ist wieder Tsubasa. Aber die verlieren den Ball. So. Und jetzt der Präzisionsschutz. Von Kiba. Und der ist drin. Das ist das 1-0. Schönes Tor. Schön durchgesetzt. Und dann sitzt der Präzisionsschutz. Und Morisaki hat keine Chance. Und das ist das 1-0 für uns. Gegen Nankatsu. Und dann kann man den nächsten stehen lassen. Und wieder. Und wieder Kiba mit dem nächsten Schuss direkt am Ball gewinnen. Aber Morisaki kann ihn halten. Und da geht der Ball weg. Nein! Und Iwami können hier mal den Ball gewinnen. War ja bei uns auch mehr anwesend als alles andere. Aber hier kann er einen Ball gewinnen. Und jetzt kommt Kisugi. Der aber den Ball verliert. Und dann können wir den nächsten stehen lassen. Und wieder einen stehen lassen. Und noch einen stehen lassen. Und der nächste Schuss von Kiba. Und der geht direkt zu Yuga genau vom Tor. Und Morisaki hat keine Chance, dass das 2-0 ist. Schönes Ding. Direkt gewonnen. Die Flanke rein. Und Yuga steht direkt da. Und kann ihn mit dem Tigerschuss direkt verwerten. Und so haben wir 2-0. Und da können wir den nächsten stehen lassen. Und den nächsten. Noch einen. Und noch einen. Und der nächste Tigerschuss von Yuga. Und Morisaki kann ihn wieder nicht halten. 3-0. Eine ganz dominante Sache hier bisher in diesem Finale. Aber besser gesagt, in diesem Ligaspiel ist ja immer noch das Ligaspiel. Ich sehe es aber irgendwie mehr als Finale hier an. Und da kommt Zubasa und den können wir aufhalten. Keine Chance. Und jetzt kommt Kiba. Kiba lässt den nächsten Schuss. Und den nächsten. Und jetzt kommt Kiba mit dem nächsten Schuss. Aber den hat Morisaki leider. Nein. Und da können wir nicht. Den Angriff setzen. Noch besser gesagt, das Dribbling vollenden mit einem Torschuss. Und da ist Taki, aber der hat keine Chance. Und jetzt haben wir ihn wieder. Oh, Kiba. Nein, Kakasugi haut uns da weg. Und 2-0 zur Halbzeit. Und wir haben das Spiel hier mehr als unter Kontrolle. Aber das muss man sagen. Dann Katzen kommt hier bisher noch zu gar keinem Torschuss. Und da können wir Iwami stehen lassen. Nein, da kann man da zu wenig Energie gehabt. Wir gehen lassen. Nächster Pause. Nein und oder. Wir sind der Ball. So, jetzt gucken wir was Aber wir können zum Beispiel den Ball abnehmen Jetzt kann Kiba wieder Nein, und Jetzt stehen wir gerade Nein, und den hat er Abgefangen, Ijari Nein, 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 nein Oh Kiba kann ihn stehen lassen Können wir den nächsten stehen lassen Nein, und mit Ryuga können wir ihn nicht stehen lassen Und jetzt kommt Tsubasa Ja, schön Jetzt aber Der nächste Schuss von Kiba, aber Murasaki hat ihn Ärgerlich Dann haben wir nach langem jetzt endlich mal wieder eine Torchance gehabt Das können wir mit Ryuga Nein, und da ist Mokusaki Schade Und jetzt kommt Nankatsu Und wir haben keinen, der irgendwie da hier zwischen gehen kann Aber den hat Wakashimasu Das können wir da stehen lassen Schön Ah, und da wollte ich dann auch außen weiter gehen, um dann die Flanke irgendwann zu setzen Ah, und da können wir wieder nicht Da kommt kein Tackling Wenn die zu wenig Energie haben, setzen die kein Tackling mehr Jetzt Jetzt wird es gerade sehr nervig, weil es nur noch hin und her geht Und das war es 2-0 3-0 in der zweiten Halbzeit Ist gar nichts mehr passiert Es war einfach nur noch nach Hause gespielt Schönes Ergebnis Mal schauen, wie es jetzt weiter geht Ja Erstmal wurden wir mit dem Netzwerk verbunden Auch schön So Schön Da haben wir wieder Rangaufstiege Das heißt Top Spin erhalten Bananenschuss erhalten Power Schuss erhalten Ich habe den Top Spin Wenn ich den Top Spin habe, dann wisst ihr, was ab jetzt Sache ist Für Kiba Aber mal schauen, was jetzt kommt Ich bin Das ist Okay, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur Hilugas Ego pushen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut ist. Aber es war ein Fehler. Ich habe mich sehr großartig gemacht. 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 Das war's für mich. Das war's für heute, dass ich mich nicht mehr so auswählen habe. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ich werde mich überwarten, dass ich mich nicht mehr so auswählen habe. Das war's. Ich habe mich nicht mehr so auswählen. Ich werde mich nicht mehr so auswählen. Das war's für mich. 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 Vielen Dank. Das war's für mich. 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 Ich bin gespannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass nochmal diese Ereignisse kommen, weil sonst... Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Oh. Wie wissen, wer da kommt? Hamburg, Deutschland? Oh ja. Da ist er! Okay. Das war's für mich. 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 das war's. Das war's für mich. 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 das war's für mich.